hallo und herzlich willkommen bei einem neuen video von mir nach langer zeit wieder mal apple hat die keynote vorgehalten zum neuen iphone und natürlich zum neuen apple watch für mich ist es weder ein neues iphone worden noch eine neue apple watch aber ein neues armband und das wollte ich euch kurz vorstellen so das klassische neue menü von apple zum öffnen ich habe mir die nike variante gewählt sonst ist dann nichts mehr drin mittlerweile kann man ja auch nur noch eine größte auswählen du kriegst nicht automatisch beide mit so das gute stück von nike ist es worden das ist die verpackung halt typisch oder apple typisch so dann hätten wir es da zum öffnen und wohler da hätten wir es auch schon kommen daraus keine maus schon fläche das hat schon was besonderes ich habe es nur kurz im video gesehen er sagt war das fixt mich und musste ich mir gleich zulegen das schaut schon verdammt gut aus gleich auf meine app watch auf natürlich auf die ultra so jetzt so dann das ist auch gewesen sein ich zeig es euch nur kurz in den aufnahme und man noch wenn es noch schön drauf ist und es schaut schon verdammt gut aus oder was sagt ihr also ich finde es sehr schön geworden hat sich neiglich und etwas neues einfallen lassen na gut das war es auch wieder gewesen sein bis zum nächsten mal euer fury ciao so